Ich hatte Angst, dass ich hier gemappt werde. Ich hatte Angst, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Ich hatte Angst, dass ich aufgrund meines Alters nicht mehr in die Gruppe reinpasse. Ich hatte Angst, dass die Ausbildung doch nicht das Richtige für mich ist. Ich hatte Angst, dass ich hier keinen Spaß haben werde. Meine größte Angst war, dass ich hier keinen Anschluss finde. Ich hatte Angst, dass ich hier nicht so sein kann, wie ich bin. Ich hatte Angst, dass ich hier nicht so sein kann, wie ich bin.